Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du hier in Deutschland geboren? Nein, ich bin in Tartlau geboren, mit einem Jahr. Nach Ceausescu hergekommen. Aber trotzdem, dann noch 18 Jahre am Stück, durfte ich dann immer wieder in Urlaub nach. Ich durfte. Also da war kein Zwang dahinter? Nein, nein, ich bin immer wieder gerne gefahren. Ich fahre auch jetzt wieder gerne im Sommer, mein Bruder fährt auch wieder im Sommer. Fährt immer wieder gerne hin, weil da ist der Hof, das Land, die Familie. Also ihr seid dann auch in Siebenbürgen dieses Jahr? Mein Bruder ist dieses Jahr in Siebenbürgen, ich plane dann nächstes Jahr zu fahren. Also beim großen Sachsen-Treffen wirst du nicht mit dabei sein? Nein, aber mein Bruder wird uns da schon vertreten. Es bleibt ja in der Familie dann. Es bleibt in der Familie. Super, vielen Dank, viel Spaß. Danke.